Hi Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den PoSensor 2 an das PoKeys Board anschließen könnt. Wichtig dabei ist, dass ihr das Verbindungskabel richtig anschließt. Und so sieht das Board aus. Es hat einen 5-Pin-Konnektor. Pin 1 ist 5 Volt, also achtet bei der Verkabelung drauf, dass ihr das nicht vertauscht. Es besteht aus zwei Temperatursensoren. Feuchtigkeitssensor, Lichtsensor, 3-Achsen-Beschleunigungssensor und 16-Bit-Analog-Digital-Wandler. Manche haben hier so einen roten Stecker, der funktioniert bei mir nicht, nutzt den weißen PoNet-Stecker. Hier sehen wir noch, welche Sensoren genau verbaut sind. Später zeige ich euch noch die Orientierung vom Beschleunigungssensor. Als nächstes öffnen wir die PoKeys Software. Connecten. Gehen auf Peripherials und Easy Sensors. Dann gehen wir auf Scan for I2C Sensors. Und hier können wir die einzelnen Sensoren auswählen. Rechts ist die Beschreibung vom Sensor. In der Mitte der Sensortyp. Und links die Adresse. Wir können die so anklicken und mit, hier sehen wir die einzelnen Sensortypen nochmal. Und die Refresh Rate können wir einstellen. Bei Beschleunigung macht es Sinn, etwas niedriger die Refresh Rate zu wählen. Bei Temperatur und Feuchtigkeit können wir etwas mehr. Mit Leertaste und Pfeil runter können wir die alle auswählen. So, jetzt fertig. Jetzt sehen wir die alle rot. Jetzt müssen wir Send to Device klicken. Und dann nochmal Refresh Values. Jetzt sehen wir die aktualisierten Werte. Jetzt schließen wir das Fenster und drücken auf Send to Device. Jetzt zeige ich euch, wie man das von Null auf programmiert. So, Bediener, Bildschirm bearbeiten. Jetzt machen wir das Fenster mal etwas klein. Und wir haben uns ganz wichtig eine Sensorliste vorher erstellt. Ein Screenshot. Das dürft ihr nicht vergessen. Hier ist der Sensor Null. In Wirklichkeit der Sensor A1. Aber das zeige ich euch gleich. Als nächstes könnt ihr hier reinklicken, damit das Fenster einen schwarzen Rahmen hat und aktiv ist. Und wir ziehen uns jetzt mal eine Gauge-Controller. Wir kopieren uns jetzt das Element dreimal. Steuerung C, Steuerung V, ziehen sie auseinander. Steuerung C, Steuerung V, ziehen sie auseinander. Und so eine Anzeige können wir uns auch nochmal reinziehen. Und jetzt ganz wichtig, wie man die konfiguriert. Ihr klickt da drauf. Ihr könnt die hier umbenennen, wie ihr wollt. Dann ist es wichtig, das richtige Register auszuwählen. Ich habe meins nach Schalttafel umbenannt, also wundert euch nicht. Wir suchen das mit Easy Sensor. Und hier 1 ist dementsprechend dann der Sensor Null. Hier. Wir wählen uns hier mal beispielhaft die Temperatur aus. Also Easy Sensor 4. Die Temperatur in Deutschland, die geht ungefähr bis, weiß nicht, 40 Grad. Und dann stellen wir den Max Value auf 40 Grad ein. Dann können wir die Segmente einstellen. Das zeige ich euch mal an dem Beispiel. Wir stellen drei Segmente ein. Segment 1 ist das grüne, was läuft. Threshold 80% ist dieser gelbe vertikale Strich. Könnt ihr anpassen, wie ihr wollt. Und wir haben noch Threshold 2 mit 90%. Den könnt ihr auch anpassen, wie ihr wollt. Und unten könnt ihr auch nochmal die Farbe einstellen. Für Sec 2 Color oder Sec 3 Color. Also Easy. Und unter Text Display könnt ihr Value einstellen. Und dann seht ihr direkt in der Segmentanzeige seht ihr dann den Wert dargestellt. Bediener, Bildschirm bearbeiten, speichern, ja. Und dann schauen wir schon. Da sind die Werte schon drin. Bei der DRO Zahlenanzeige können wir auch nochmal das Register auswählen. Den Easy Sensor reinklatschen. Und dann habt ihr den Wert auch nochmal so als Zahlenwert dort stehen. Das Problem sind die Nachkommastellen. Das sind ganz viele. Die brauchen wir eigentlich nicht. Wir können uns das im Original DRO mal angucken, wie das formatiert ist. Schauen hier bei Format 4.4F. Wir klauen uns das hier raus. Und klicken nochmal ins DRO. Fügen das hier ein. Modifizieren die zweite Nachkommastelle mit Punkt 2F. Und schauen oben rechts, die Nachkommastellen sind verschwunden. Und jetzt Bediener, Bildschirm speichern. Was ich euch noch zeigen wollte, ist eine Textbox, beziehungsweise ein statischer Text. Klickt hier an, zieht hier runter. Dann könnt ihr die hier beschriften. Mit Steuerung und Pfeiltasten könnt ihr die Elemente hoch und runter schieben. Wenn ihr mehrere von den Elementen habt und ihr möchtet sie ausrichten, dann könnt ihr die auswählen und so ausrichten. Oder Spacing, Vertikal, Gleich, Fertig. Ihr könnt jedes Element auch einzeln anklicken und mit Steuerung und Pfeiltasten links, rechts, hoch, runter, separat verschieben. Und vergesst nicht ab und zu euren Bildschirm zu speichern. Am besten als Kopie irgendwo unter speichern. Ihr könnt jetzt zum Beispiel Neigungen messen. Wenn ich den Sensor mehr und mehr neige, äußert sich das in den Sensorwerten. Je nachdem in welche Richtung ich den Sensor neige, kommen andere Beschleunigungswerte rein. Leider ist die Kamera oben rechts sehr träge gewesen und hat gar nichts erfasst, was ich da rum experimentiert habe. Man sieht aber auch, die Lichtensität ist schwankt. Hier sehen wir jetzt noch das asynchrone Bild, was nicht zu den Sensorwerten passt, was davor aufgenommen wurde. Also das ist zeitversetzt. Wir sehen jetzt das Bild zu den davor aufgenommenen Sensorwerten. Im Datenblatt vom Beschleunigungssensor ist er durch den Punkt markiert und da seht ihr auch die Orientierungen. Wichtig ist zu wissen, dass ihr das nicht einfach verlängern könnt, dieses Kabel. Ihr braucht einen I2C Extender und ein Flat Ribbon Kabel. Das könnt ihr bis zu 25 Metern, glaube ich. 25 Meter könnt ihr das verlängern. Dann ist der Aufbau so, wie hier gezeigt, ein Extender, Kabel, Extender, Sensorboard. Das heißt, ihr braucht zwei Extender. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf ein Abo und ein Like, damit ihr nichts verpasst. Macht's gut!